Hey Leute, hier ist NL99 und DJ Daniel. Ja, hi, ich habe einen neuen Namen und ich mache hier die Aufnahme, weil, ja. Er hat sich schon ein Konto erstellt, naja, hat er nicht, aber wenn es DJ Daniel nicht gibt, dann nehmen wir einen anderen Namen. Also, das ist quasi, ja, so Let's Play. Und wir sehen Let's Play, wie das hier steht. Auch ohne. Ja, das haben wir schon getestet, aber wir haben es nur noch nicht durchgekauft. Ja, das ist voll schwer. Wir haben die Version von Pio de Pai. Pio de Pai, wenn ihr Pio de Pai nicht kennt, dann der Link in der Beschreibung. Ja. Also, es gibt verschiedene Versionen, aber das ist die Version, die auch Pio de Pai benutzt. Ja, die ist auch wesentlich größer und besser. Mit mehr Räumen. Ja, hier auch schien. Und, ja, jetzt fang caum. Ja. Ja, also schien. Wir haben herausgeufen, wird von der All-Wettbewerf auf die Art Saisestand von der All-Wettbewerke. Oh, junge, schau. Ja, du schau. Es ist viel kräuer, auf der Insel. Es ist von mir, was da. Ähm, hey, let's go aus. Let's go aus hier. Pio de Pai nicht, du schau. Oh, fuck! Hey, hey, let's get out of here! Well, there's no way numbers can exist. It's empty and possible. Hey, 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 Rochi! Let's go home. You have to be careful. Ausgang, Zulaf, wenn ein Aschef, wenn er schnell? Lachst, die Aschef, die Aschef, die Aschef. Ich habe alles. Ah, Plane, Sharon on the ground. Ich glaube, ich glaube, da kann ich mit dieser Ding, I'm on the floor. The door is the door. I'm not. Du liest doch selber an. Hm? Ja, ich bin doch sehr geschockt. Ja, jetzt. Was heißt das? Moment, die Schwung, ich kann. Ach so, okay. Dann kann ich was verlassen. Ah ja, das soll ich schon mal. Was heißt das? Das gehört doch mal, ich bin doch mal. Oh! Was heißt das? Ich hab schon, du musst nicht. Ich habe schon, du hast denn, du macheckst. Takashi! Yaku! Takashi! Takashi! Where are the others? One, you... Oh, du kannst du eine Ticke. Hier kannst du mal Angst haben. Ah ja, wir haben hier ein bisschen Kieb. Ja, wir haben hier die Kieb. Wir sind dann in die Kieb. Wir sind dann in die Kieb. Und zwar. Der Geschwindel, der wird zurück. Jetzt verpiss dich. Verpiss dich! So ein Hässlohn à la Hackfresse. Hackfresse fürs Leben. Alter, ey! Du bist viel schwerer. Ach nee. Was soll die Scheiße, Alter? New Game. Wir haben vergessen, Safe zu drücken. Ach nee. Jetzt Daniel am Spielen. Oh mein Gott. Scheiß gemein. Kann ja passieren, ne? Na? We are home. Okay, ciao. Komm, deine Glava reinsteckst du dir irgendwo hin. Hey, let's get out here. Oh, okay. Es gibt keine Monster. Es gibt... Es gibt keine Monster. Es gibt keine Monster. Ich weiß nicht, einfach mal einen Knopf. Ich weiß nicht, dass du nicht�zt bist... Du hast zu dir gesagt. Am Anfang ja nicht mehr leid. Du kannst ja nicht mehr laufen. Du musst erst diese Plätze bleiben. Ich kann doch mal eine Scheibe auf. Wow! 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 What the fuck? Mario! Mario! Luigi! Hey! 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 Wer war da? Wer war da? Weißt du es nicht mehr? Ich tue jetzt nur so befestigt. Nein. Was? Was ist das? Hey! Das war Takeshi mal. Das war Takeshi mal. Das war Takeshi mal. Wo sind wir? Ja. Sit da doch nicht. Es gibt keine Monster. Wenn du hier kommst, kannst du die beweisen. Scheiße da ist ein Monster! Geh ich. Guck mal her hin. Und da hier. Hier. Hier ist der Leber. Wo da ist denn? Das scheiß Geräusche steckst dir sonst weg. Okay. Okay. Jetzt muss ich weglaufen. Jetzt muss ich weglaufen. Nein. Nein. Hier Mario. Sprich mal. Wir haben vergessen wieder zu speichern. Wir drücken mal auf Pause. Ja Leute. Wir sind wieder zurück. Weil das sei ja auch Oli. Wir hatten noch nicht gespeichert. Aber wir haben diese ganzen... Scheiße. Und die Blackshot, ne? Gleich Blackshot. Und die scheiß Waffe. Ja. Was soll ich? Ja, das müssen wir doch wissen. Mensch. Daniel. Ich schreibe es gerade, ey. Ja, das müssen wir ja, dass du damit schnackig hast. Also, wenn du nicht weh. Müssen wir ihn unbedingt, ähm... Ja. Dings. Dings. Geschehen. Genau. Als Justin Trischmann bei unserer Schule nenne ich, wie ich so als Pein-Ein-Trischmann nehme mal die Frau Trisch. Ja. Ja. Das war schon. Die, äh... Hau! Mich interessiert das Ding. Oh, what? Oh! So, und jetzt... Das öffnen. Und jetzt speichern wir das L-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Okay. Ok. Wer ist da? Waaah! Waaah! Ich laufe einfach ganz super Scheiße doch das da mal zu. Waaah! So ein bisschen Getsche. Oh, Scheiße. Shit! Shit, shit, shit! Du bist der Bett. Ja! Ich hab dich. Alter, mal endlich, Alter. So ein, Alter. Fuck. Da ist Blut. Scheiß. Ich hab noch ein bisschen der Eingang. Ich hab noch einen Eingang. Oh mein Gott. Oh, jetzt haben wir einen Eingang. Aber das interessiert uns jetzt grad nicht. Ich glaub, da muss das Monster sein. Weil, ähm... Da müssen wir jetzt hin. Ja, ich glaub. Okay, einfach. Was, was? Philipp, was? Ich werd jetzt scheißen. Oh. Nein. Keine Ahnung. Auf einmal kommt die... Ich hab noch einen Eingang. Oh, das ist so. Oh. Ja, das ist so. Du hast so. Du hast so. Ja. Nein. Der Exil. Oh! Das Monster hat mir auch. Vielleicht nicht da, oder? Das hat irgendwas mit der Schuhe zu tun. Boah! Hiroshi! Mann, Alter! Ich habe hier gerade vorher eingeschickt. Hiroshi! Was? Did you see it? That monster! Yeah. So unpeakful. 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 Was heißt das überpult? Okay. So unpeakful. Was? Was heißt überpult? Ich versteck mich. Ja. Ha! Musst du rein. Fuck! Fuck! Das ist so spielen, oder? Fuck! Was muss ich da machen? Ich weiß jetzt was! Ähm, dieser einen Menschen nennen die Freunde, das sind die Monster, glaube ich. Die werden doch zum Monster verwandelt. Hab ich gelesen. Oder hab ich gesehen im Internet. Ja, im A schon im Internet. Ja, im A schon im Internet. Das hilft uns nicht weiter! Ja! Das heißt, was uns weiter gehört, ist Bia. Okay. Bia. Bia, siehst du bei diesem Spiel? Ja. Ja. Ja, aber eine schöne Map gezeichnet. So, ähm, diese Map haben wir ja nicht gezeichnet. Das war mal... Oh, 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 oh! Gefahren da. Harki. 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 Wassinn. Was ist denn? Oh... Aja. Bischerei? So eine ist! Ja, la, la, la. Das ist sein Buch. Hier, guck, so eine Büscherei! Blablablabla. Yah. Shit! Shit! Ich hab mich eingeschüttet! Du Schwein! Oh shit! Oh kacke! Na ja ok, das war's mit Part 1 von Aho! Oh nie, ich hab mich sowas von erschrocken! Alles klar, wir sehen uns aber nächstes Mal! Ciao Leute! Oh shit!